Mein Arbeitgeber ist Carriere.at und wir sind das größte Jobportal in Österreich. Mein Arbeitgeber ist Carriere.at und wir bringen Arbeitssuchende und Unternehmen zusammen. Ich berate Kunden zu unseren Produkten, wie sie ihre Bewerber bei uns finden können. Ich bin bei Carriere.at als Product Owner zuständig, der für in der Rolle verschiedene Teams unterstützen und mit denen gemeinsam unser Produkt oder unsere Produkte weiterentwickeln. Ich bin im User Experience Research und ich kümmere mich darum, dass wir Motivationen, Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Kandidatinnen und Kundinnen kennenlernen und so die richtigen Produkte für Carriere, die entwickeln können. Ich bin Software Engineer. Ich bin in meinem Team für die interne Software zuständig. Ich bin dafür verantwortlich, dass dann das, was die Entwickler produzieren, fehlerfrei ist. Das Office in Wien erfüllt alle Kriterien. Wir haben immer wieder Punkte, wo wir uns Mitarbeiter auch treffen und auch ruhig arbeiten können. Alle Bereiche von Carriere.at sind da unter einem Dach. Es ist gut erreichbar, weil wir eben am Raterstern sind. Für mich persönlich ist jetzt der Standortlinz perfekt, weil ich mit dem Radl herfahren kann. Wir haben eine super Location direkt neben der Donau. Für mich ist die Erreichbarkeit super, weil es direkt neben der Autobahnabfahrt ist und ich habe da die Möglichkeit, dass ich einen gratis Parkplatz nutzen kann bei der Firma. Wir haben super Arbeitsplätze da bei Carriere.at. Wir haben fixe Arbeitsplätze und Sharedesk. An den fixen Arbeitsplätzen haben wir zum Beispiel zwei Monitore. Das ist für mich persönlich ganz wichtig. Ich nutze bei den Benefits sehr gerne den Fitnesszuschuss. Das heißt, Carriere.at unterstützt mich da in Form von einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Es gibt das Benefit der Massagen. Die nutze ich sehr gerne. Ein richtig cooles Benefit ist, dass wir das Klima-Ticket kriegen. Das nutze ich besonders, weil ich bin eigentlich aus Oberösterreich und bin auch gerne im Winzer-Office und kann dann einfach leicht hin- und her-pendeln. Mein liebstes Benefit ist das Mittagessen, das wir viermal die Woche serviert kriegen. Es ist vegetarisch. Es wird auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten Rücksicht genommen und schmeckt immer voll gut. Es gibt bei Carriere.at gute Karriere-Schanden. Ich habe selbst auch schon intern mich weiterentwickeln dürfen und habe da schon zwei Bereiche bedient und lerne da immer dazu und entwickle mich immer weiter. Ich habe schon einen ziemlich langen Weg hinter mir bei Carriere.at. Ich bin jetzt seit Neujahr da. Ich habe im Producing gestartet und habe mich dann intern weiterentwickeln können. Zuerst im Producing schon ein bisschen und habe vor zwei Jahren den Step in die Softwareentwicklung gemacht. Wenn ich an Carriere.at denke, denke ich an meinen allerersten Job, den ich eigentlich schon über Carriere.at gefunden habe. Und das hat sich eigentlich durch meine ganze Laufbahn gezogen. Für mich ist, suche ich einen Job, gehe ich auf Carriere.at. Carriere.at steht für mich für einen super Arbeitgeber. Wir haben sehr viele Freiheiten. Wir haben Gleitzeit. Wir haben ein super Büro. Carriere.at steht für mich für ein cooles Produkt, das ich gemeinsam mit meinem Team und mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen weiterentwickeln darf. Carriere.at ist das größte Jobportal und wir versuchen, dass jeder einen Job findet und übernehmen da auch als Marktführer eine soziale Verantwortung in Österreich.